Was ist denn los? Warte, wie kann das meine Kunden hier in den Zoo kennen? Du hast auch Nebula, cool! Du darfst noch drinnen bleiben. Kann das El Polo irgendwann mal einwenigen? Hab ich doch schon. Ja, aber das El Polo kannst du ja zu Benke entwickeln. Da war noch ein riesen Auto in den Händen drin. Ja, das stimmt. Das ist ein Kunstwerk. Ich hab alle hier jetzt. Gut. Guck mal, das hat ja so ein Schmierchen. Wie scharniert der Lüge. Ich stehe mal wieder auf der Pflicht der Lüge. Ich stehe unter dem Lüge. Da hätten mir Eier hochgedacht. Sehr gut. Ich bin jetzt auch noch mal so und so. Wir können jetzt auch noch mal so und so und so gehen. Ich bin dann ja Punkt. Ich muss ja sagen, dass es auch noch nicht so ist. Das machen wir. Oh, das ist ein Tomathofel. Ja. Kann ich sehen. Das ist wieder da. Echt? Ja. Es kommt und geht. Nein, Shiggy. Nein. Nein, ich mache die Shiggy direkt. Nein, ich mache die Shiggy. Nein, ich mache die Shiggy.